nein mein herz bleibt rein danke danke schön für deinen teil mein reich fügt sich jetzt bin ich hier schon in anderen Orten es kommt einfach noch was was Darli schickt das Geld zurück was ich habe Schulden gehabt das hatte ich auch noch nie also Schulden im Sinne von ich musste einen Schuldner mein Geld zurückzahlen das hatte ich noch nie das war das erste mal ich kann Bündnis aushandeln ich habe die kanadischen Inseln geerbt herzlichen Glückwunsch ja danke wollte ich gar nicht 68 Inhaftierte ich habe den Königreich gehören die wo ist das Königreich habe ich das Königreich ach ich habe das Königreich Maghreb geerbt oh das ist ja nicht schlecht ja gehört ja eh mir so stimmt ich habe noch eben Herzopptung bekommen ach nö was denn Graschus von Santiago für 10 Jahre von Krankheit heimgesucht ich habe noch was geerbt Grafschaft von Amstetten Grafschaft von Amstetten wo ist es und warum Titel vergeben Amstetten hört sich bisher nach Österreich jetzt erstmal an würde ich sagen ja ist auch ich hätte gedacht vielleicht Bayern oder so weil mir kommt Amstetten irgendwie bekannt vor ich hole mir so zwei kleine Grafschaften gerade ja ich hole mir auch gerade ein etwas kleineres Herzog zu tun oh er versucht abzuhangen das kriegt er nicht mehr hin viel zu spät zu spät au 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 das tut ihm jetzt weh ah der erste die ersten wechseln schon zur Kultur zur richtigen so muscht er es ich bin auch gleichzeitig in der Religion aufgestiegen bisschen also jetzt bin ich über der Hälfte davor war ich weit unter der Hälfte so ich werde nicht mehr von Anspannung übermannt immer noch 55 Gott ne gefühllos zynisch und unersetzlich das ist schon mal nicht schlecht ja mitfühlend ist einfach mitfühlend ist einfach mein nächster mein nächster wird der ist geduldig gesellig bescheiden muah sag ich dazu muah richtig gut joh ich bin endlich aufopferungsvoll ich bin noch nicht Tugendheld aber so gewonnen Forderung erzwingen und tschüss zu welchem Königreich gehörst du aha äh das will ich noch und ich brauche nur noch 23 Monate für mein nächstes kann ich die jetzt endlich angreifen ja ok ich bin ein verdammt guter äh Feldmarschall hätte ich jetzt nicht erwartet wo ist denn die Hauptstadt da der Dude hat ein bisschen viel nein der will sich wahrscheinlich das Kaiserreich holen also das Persische Reich also in dem Fall was ist da na komm mach fertig so gehetzig das und wir erweitern der hat nen Krieg Wanne jo und gleich gewinne ich noch einen Krieg also das sind halt so wie gesagt so kleine Probelkriege danach fange ich noch einen an ich wie gesagt ich versuche jetzt gerade so ein Stück weit immer weiter nach Kiebert reinzukommen ich versuche Afrika hier zu clearn was macht eigentlich Byzanz gerade klein sein kein Schimmer das ist ein schneller Krieg glaube ich war jetzt eine Schlacht einmal Hauptstadt danke ciao das ging schnell ne ich hab den Erben ach komm 97% doch noch eine doch noch eine Stadt da oben so Läufers gehörten auch mir hör mal zu Bubi du bekommst das auch ich hab dem zu viel gegeben glaube ich dem Hajo ich muss mal gucken dass ich hier einen kleinen Ausgleich in diesem Gebiet schaffe ist einer von ich hab mittlerweile die höchste Güte wieder erreicht krass das erste Mal dass ich das seit dem einen Update wieder sehe da wurde es ja dann viel schwieriger gemacht Güte meinst du jetzt hier Dings Truppengüte ja ich kann deinem Prinzen leider jetzt nicht helfen ich bin leider wieder am Krieg geil so Forderungen zu zwingen da haben wir wieder was von ihm ganz ehrlich die Abessinen die sind nicht so leicht zu knacken die sind schon Abessinien Abessinien Könnte das Königreich Königreich Titel vergeben Königreich von Adal Die Mongolei verliert gerade ihren Krieg was ich jetzt nicht so schlecht finde Glaube ich ja Kann ich wenn die wenn die den Krieg verloren hat muss ich die jetzige Herrscherin mal über den Jordan bringen dann eher hier Alter wie viele Leute Die Diplomatie erhöht sich um eins Okay Jo Ach guck mal ich hab Beytel Hier ist ein schönes Königreich was ich bald haben könnte Würde ich gerne dem Hajo hier abgeben Beytel Psychie Ich muss jetzt mal meine ganzen Gefangenen her Ach die wird Ich bin ja schon froh wenn die sich alle bekehren gerade Dann verteilt sich das Polanische zumindest stärker ja das Polanische das Aquianische das Aquianische das Aquianische Komm, komm. Komm, komm. Dann kriegt er noch ein Geschenkchen, dann wird er noch bekehrt. Fortschritt, Kulturinteresse, endlich. Dann wird er überteilt. Was machen wir noch? Ey, diese Ablässe. Oh, warte mal. Boah, was ein Leck. Oder wie der Nico immer sagt, Leck mich da am Zeh. Leck mich am Zeh. Er kann nicht Lösegeld einbringen. Nö. Das ist meine Rivale, ich muss das Ding verlieren. Jetzt habe ich auch so einmal zu viel geklickt. Alter, ich konnte das Kaiserreich Germanien grad schaffen. Was? Ja. Hast du das jetzt gemacht? Ja. Geil. Ich habe da anscheinend wieder, ich weiß nicht, ob es sich bei uns wieder irgendwas verschoben hat da. Aber ich bin jetzt auch Kaiser von Germanien. Ja, geil. Ist ja heftig. Geil. So muss das. Okay. Spanien, Germanien, Italien, Franzien. Hauptsache. Ja. Ja. Wie war das nochmal? Egal ob Mailand oder Barcelona. Egal ob Mailand oder Madrid. Egal ob Mailand oder Madrid. Hauptsache Italien. Alter. Geil, Leute, ey. Ich check nicht, warum ich gegen ihn... Ich check's jetzt. Das ist sehr gut zu wissen. Was heißt, ich muss den hier angreifen? Nein. Ich bin gegen Helene. Helene! Helene! Alter, ich... Bei mir dreht grad alles durch. Paulikanertum! Hm. Ihr werdet gleich mal Paulikaner spüren. Im Paulaner Garten oder so. Ah, das ist sehr belastend. Bei... Doch, bei... Herzog tun. Herzog. Was hat der für Truppen? 20.000? What? Tatsächlich. Schau ihn dir an. Okay. Den will ich haben. Das ist für einen afrikanischen Herzog ziemlich fehl. Muss ich sagen. Ich erkläre es dir. Ja. Aber jetzt muss ich auch ordentlich Truppen ausheben eigentlich. Ja. Wobei, meine sind ja... Höchste Güte. Höchste Güte. Höchste Güte. Höchste Güte. Heckstück. Höchste Güte. 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 Aber ich glaube, da muss ich einen Logistiker einsetzen. Das geht diesmal nicht so schnell. König Prospero von Italia. Das ist meine neue Befälziger Haber. Befälziger Haber. Aber Neufo wird erwachsen. Mal schauen, wie stark sich der Glaube hier jetzt damit durchsitzen wird. Weil ich bekehre gerade gefühlt die ganze Welt. Oh, gleich ist mein Knast endlich mal leer. Was? Achso, hab ich schon. So, wo hat sich denn jetzt der Glaube noch gezeigt? Du kriegst da nochmal so einen Sohn von mir. Immer her. Oh, 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 oh. Das sind seine Truppen. Jo, der Glaube verteilt sich wie Kunde-Gunde. Die Anstrengung hat sich gelohnt. Ich hab nochmal einen Ausfall bekommen für einen Punkt für Ausfall. Einen Punkt für Bildung. Bildung. Oh, jetzt ist es hier wieder. Das ist so krass, was die Güte ausmacht. Ja, ne? Ich hatte 15.000, er hatte 15.000. Und du hast den mega geschlagen. Ich hab noch 14.000, er hat null. Ja, das ist schon heftig. Ach, was soll's? Ich geb Nikaya ab. Seid ihr gegönnt? Hä? Wann hab ich denn Söldner? Du, du hast tatsächlich Marm-Luken. Ach, du hast Marm-Luken. Okay, krass. Wo hab ich euch denn her? Ich brauch doch keine Söldner. Ich könnte mir Sack-Kotan. Nein, Sack-Kotan. Entschuldigung. Ich könnte mir Kotan holen. Sack-Kotan. Sack-Kotan. Äh, was? Ach, Mist. Äh, mach ich gleich. Ach, da unten ist sie. Was ist denn hier? Kriegsende. Hehe. Sehr schön. Die Mongolei hat den Krieg verloren. Gott, dass die bei mir alle rum machen müssen. Mhm. Das verstehe ich auch nicht. Schlimm. Mit denen leid. 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 Mit den, mit denne Leid. Der Trost eines Freundes. Oh, ja. 14 Anspannung verloren. Danke. Jiby. Ja, dann schalten wir noch ein Fest mal. Mal, ja. Mal, ja. Meine Ratspitzel ist schon wieder kaputt. So, Lee. Jetzt hat er seine Hauptstadt. Vielleicht ist der Kriecher dann schon vorbei. Wie ich so nur rumschraffte, wenn zu viele Sachen auf einmal passieren wollen. Ja, ne? Mhm. Wobei man sagen... Oh, Schenkel klopfen dir in der Hand. Ja, du wolltest sagen, das was? Ähm, wobei man halt sagen muss, wir haben eigentlich ja das Größte der Karte, also... Und trotzdem passiert noch so viel. Mhm. Ich habe einen gefallen bekommen. Und ich bekomme Geld. Ich habe einfach 41.000 Gold. Was soll ich denn noch damit machen? Boah. Oh, ich habe Kräne entdeckt. Jetzt weiß ich, was ich damit machen kann. Hm, hm. Habe ich eigentlich noch irgendwas zu entdecken? Nö. Everything is... Possible. Ja, ich habe schon alles entdeckt. Bei mir gibt es nichts. Ich habe so viel Geld wie du, habe ich jetzt nicht. Ich habe 17.000. Aber auch das ist... Ich kann halt jetzt alles ausbauen auf Höchststufe. Und die Leute investieren halt jetzt schon. ohne... Ohne, dass ich was machen muss. Also... Irgendwas läuft gut in diesem Bereich. Da. Forderung wird zwingen. Ich bin so reich. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Nice, 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 nice. Oh, meine Burg hier ist sehr schlecht. Unsicher. Auflösen. Ich mache eine Pilgerreise. 750, zack, weg. Und 750 wieder... Boah, du gewinnst 30 Meinungen von mir. Oh, warum? Ach, weil mein Glaube so heftig ist. Ja, krass. Ich bin ja eine Glaubensikone. Du bischer, toller Mensch. Hey, hör mal. Ah, ich weiß, was ich machen kann. Ich kann den Tower auf London mal bauen. Das kostet auch was. Das wäre eine Idee. Ich habe den noch immer nicht gebaut, ich Idiot. Ich habe mir gerade große Teile des Nils gefüllt. Das ist sehr schön. Gleich unter dir. Oh, Gott. Wie ist hier... Ja, ne? Ich würde gerne mal auf Diplomatie umsatteln. Ich kann auch immer nicht auf Diplomatie umsatteln. Was kann ich jetzt hier abgeben? So, ich habe gehört, ich kann da noch ein bisschen weiter bauen. Das ist ja fertig, fertig, fertig. Okay, du willst nicht, dann kriege ich das von mir. Ich werde jetzt nicht aufgeben. Ich bin zwar krank geworden, aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde gestärkt aus der Krise hervorgehen. Und wenn nicht, habe ich einen fähigen zehnjährigen Sohn. Bist du fähig? Ja, du bist fähig. Achso, ich habe ja noch zwei Domänen drüber. Kann ich das Königreich endlich schaffen? Nein. Ach, ich hätte nach rechts erobern sollen, ich Idiot. Wieder so eine Sache. Meine Güte. Ich bin Pilger geworden. Sehr schön. Ich habe einen Arzt, ne? Ja, der wird mich schon fett machen. Fiddy. Fiddy. Den kann ich nicht erobern. Kann ich diesen Kollegen hier mal was wegschmutzeln? Ich muss halt echt gucken, wie ich das jetzt am glücksten mache. Eigentlich würde ich gerne Byzanz den Krieg erklären. Ne, habe ich gedacht. Achso, und? Was hast du bekommen? Das ist wie so eine Wundertüte. Ne, ich habe gerade angefangen erst. Das ist wie so eine Wundertüte, weißt du? Du machst es einfach mal auf und guckst, was drin ist. Ja, ist aber ist halt wirklich so. Ich gucke immer, was für Anspruchstelle ich habe und was ich mir holen kann. Ich weiß das immer nicht so richtig. Da könnte ich mir zwei Graschaften holen. Ich glaube, das mache ich. Abfahrt. Wir können los marschieren. Ah, ich hatte da unten. Oh, Rajkotan. Kann ich endlich übernehmen. Das ist wunderschön. Jetzt gehört mir das. Wir werden nach diesem Krieg in Byzanz richtig, also, kuscheln ist gar kein Ausdruck. umschlungen in Liebe sein, oder so. Ja, es war wirklich so. Wir werden tatsächlich umschlungen in Liebe sein. Du liegst nämlich über mir und gleichzeitig unter mir. Das klingt so falsch und so. So falsch und so gut. Okay, also, über dir und holst du dir Arabische Halbinsel, oder? Ich weiß es nicht genau, wie es genau heißt. Du holst dir Anatolikon. Ach, du holst dir das Links... Okay, das wird jetzt lustig. Weil eigentlich wollte ich mir das holen und dann noch... Echt? Pontos, ja. Ist ja egal. Ist egal, holst du dir. Ich habe tatsächlich einen Anspruchsteller drauf. Also, ich habe da nicht mal irgendwie Herzogtum oder irgendetwas ausgewählt. Okay, verstehen. Aleppo könnte ich mir holen. Paloge? Was ist das denn? Ach. Kann ich... Halt, halt, halt. Oh, das ist... Was ist das denn? Scheiß drauf. Was ist das denn? Ich könnte mir Friesland holen. Toll. Hilft mir jetzt echt weiter. Oh, ich habe jetzt ja die 200 geknackt. Und zwar schon deutlich. Ist mir gar nicht aufgefallen. Oh. Sehr gut. Ja, das... Das multipliziert sich jetzt aber auch bis in... Ja. Der Typ haut einfach weiter auf. Oh nein, da unten waren seine Truppen... Der ist ständig auf dem Wasser, der Typ. Nein, ich darf nicht der Befehl... Oh, scheiße. Jetzt bin ich der Befehlshamme. Alter, ich kämpfe gerade mit 200 gegen 1000. Alleine. Und das wollte ich gar nicht. Ich bin im Knast gelandet. Das ist doch nicht dein Ernst. Dieser dumme Computer, Alter. Warum trägt der mich denn ein? Als... Ja. Und wenn du im Knast bist, hast du den Krieg verloren, oder? Ja. So, ein... Dummer Scheiß-Computer manchmal. Sorry. Muss man aber echt mal sagen. Ja. Weißt du, und ich bin halt noch krank dazu. So, ja, natürlich. Deswegen steckt man mich auch in Kriege. Oh, boy. Alter, warum gehen überall meine Truppen drauf? Was ist? Wie ist das hier ausgebaut, bitte? Oh, ich könnte mir Toran holen. Was ist das denn? Egal, in welche Richtung ich lauf. Hä? Der Typ hat 35.000 Leute? Woher denn? Hat er ein Bündnis? Ach, der hat mit dem Bündnis mit dem Maharaja. Wo? Guck mal, guck mal, dieser Tribandau Purthit, oder wie der heißt, da unten im Süden. Guck mal, wie fucking riesig der geworden ist. Boah, den müssen wir aber echt mal zurechtstutzen. Der ist halt noch sehr weit weg von mir. Von mir auch. Achso, achso. Naja. Du meinst Entfernung, also ich dachte von den Truppenstärken. Von mir halt auch. Achso, ja, Truppenstärke sowieso. Nein, aber ich meine auch ja, Entfernung von meinem Reich, so. Ich meine, ich bolz den weg wie sonst, wie so'n kleinen Fußballweißer. Ach, das ist Polanien. Ich denke mir schon. Was? Wo du mich die Städte hier nicht erobern kannst. Also auch in deinem Reich. Hallo, ich fahr mal kurz vorbei. Na, guck mal. Ich investiere jetzt mal ein bisschen noch in ein paar Städte. Burg ausbauen, Stadt ausbauen, Tempel ausbauen. Burg ausbauen, Stadt ausbauen, Tempel ausbauen. Na, geht nicht. Burg ausbauen. Wo ist er hingeschippert? Schon wieder. Checkst nicht, wo er mit seinem Schiff immer hinfährt. Lins hier ist der. Bemerkenswerter Gast ist eingetroffen. Sei dir gewöhnt. Oh, Beeschen. Ich verbessere gerade die Leute. Ach, das ist hasardisch. Alles klar. Ich verbessere gerade einen Vasallen, der nehme ich gerade voll in, also fast schon im Konflikt mit einem sehr, sehr großen Herrscher steht, der mir sehr, ja, wie soll ich sagen, nicht sehr lieb ist, weil er viel zu groß ist. Ja. Aber der wird sich auch gleich ein bisschen aufspalten, weil ich nämlich gleich noch ein paar Reiche habe. Ich will hier dieses Königreich haben. Ich sah da. Sie schreibt gerade, er pfeift schon wieder. Alter, auf der Arbeit zu pfeifen. Wie kann man nur in einem Großraumbüro sitzen und rumpfeifen? Das ist der Hammer. Ich würde das auch gerne verstehen. Wie kommt man auf sowas? Ja, keine Ahnung. Weißt du, zumal du denkst dir halt so, ja, wir arbeiten hier alle sehr ernst und so, ne, und auf einmal sitzt da einer und dann was ist denn so? Was ist los? Diplomatie endlich. Jo, Digi, hier ist nochmal eine Tochter von mir da. Och, gib alles her, was du hast, ey. Dankeschön. Also, ich bin hier gerade eh im Eroberungskrieg. Diesen Eroberungskrieg würde ich gerne so, so klein hacken. Ich frage mich, was passiert, wenn wir diesen, ähm, diesen Maharaja da unten, ähm, umhauen, also, weißt du? Töten das hier? Vielleicht teilt das Reich irgendwie. Eigentlich müssten wir eben die Söhne wegnehmen. Lass mal hinstellen. Hm, ich glaube, der ist wahrscheinlich auf der Bildung auch schon soweit, dass da nicht viel passiert. Hm. Und Chavish, ja, der hat auch schon Primogenitur. Übrigens, nur noch 100 Jahre. Oh ja. Nicht mal mehr ganz. Doch, 1453. 53. Ich denke mal 45. Nee, 53. Nein, nein, bald ist es soweit. Ey, dumm oder wat? Best. Egal, in welche Richtung ich mich hier bewegen, überall verliere ich Truppen. Kann's nicht sein. Ablässe, Ablässe. Ich halte schon wieder 25.000. Wieso habe ich jetzt nur noch 29 Prozent? Ich hatte gerade 50 oder so. Na toll. Hey, Bubi, ich komme vorbei und... hä? Hä? Oder schützt du dich? Das schägt ihn nicht. Oh, man. Oh, man. Wo sind seine Truppen? Ich sehe sie nirgends auf der Karte. nicht irgendwo nachgucken oder so? Ich kann schon, woher ist. klar, klar, es ist ja vieles auch ausgegraut, aber... naja. So ist das hier, die Mordgel. Wie sieht's eigentlich mit meiner Kultur aus? Haben die sich eigentlich jetzt schon... die Kultur... Ja, das ist halt echt nicht einfach. Die Kultur hat sich noch nicht so krass verbreitet. Also meine Kultur. Eine Fraktion hat sich jetzt schon aufgelöst. Oh, ich habe hier eine. Ach, der Typ hier wieder. Wenn der den Rückhalt verliert, dann ist es mir egal. Ich habe jetzt auch... Ich habe meine Kultur nicht mehr durch ein Rad fördern lassen, weil ich bei meiner Hauptstadt die Entwicklung halt am steigern bin. Ja, ich auch. Wobei man sagen muss... Ich habe jetzt auch schon 61. Oh, sehr gut. Ja, bei mir entsteht ja ein neuer neuer kultureller Ort hier. Mit 19 schon. Ähm, was sehr, 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 sehr gut ist. Die entwickeln gerade erst Blieden? Alter, diese schlecht... furchtbare schlechte Kultur. Meine Schwester Maria ist gestorben. Bam! 34 Anspannung. Oh. Ablassen, ablassen. Ich habe ein Bistum bekommen. Tazar. Boah, war auch das lang. Wen holst du dir denn eigentlich? Hm? Wen holst du dir eigentlich? Ja, Byzanz, das Stück. Achso, noch immer da unten. Ja, ja. Ja. Ich bin noch erst bei 47 Prozent. Hast du die Stadt von... die Hauptstadt von ihm? Nee, ne? Nee. Ich kümmere mich erst um das, was... ich haben möchte. Es gibt immer relativ viele Punkte. So, jetzt habe ich gleich die nächste Stadt. Habe wieder eine Tochter. Aber wieder Ablässe für 20.000. Yo, das läuft, würde ich mal sagen. Also insgesamt habe ich 20.000. Money, 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 money. Also jetzt am gucken, meine Vorräte, die gehen mir aus. Ich darf jetzt dann gleich nochmal eine neue Armee ausheben. Na, super. Gönn dir. Hier muss jetzt noch eine Burg. da noch eine Stadt und da kommen wir gewinnen. Ich hoffe, diese Länder reinbringen endlich mal ein bisschen mehr Geld ein, weil... Naja. Da ist ziemlich viel Geld im Pott, würde ich sagen. Ich würde mir halt wünschen, dass der ein oder andere hier mal ein bisschen Geld zusammenkratzt und seine Ländereien aufwertet. Weswegen ich die ja die ganze Zeit ausbaue. da ist ja noch gar nichts hier. So wie. Da ist jetzt meins. Wie kann es sein, dass ich nichts bekehren kann? Das ist ja wohl der Shit. Ah, hier. Doch. Ey, jetzt geht's doch. Scheiße. Jetzt bin ich über der Domänen-Schwelle. Aber ich habe ein neues Kaiserreich geschaffelt. Und das Kaiserreich Turan. Man kann jetzt damit alle kleinen Staaten zusammenbringen. Um die große Wüste rum. Mhm. Na gut. Bist du? Nein. Oh, pfff. Dauert. Yo. Dauert. Sorgungsschwelle sind hier alle für. Yes. Wie viele Truppen hatten er. Ja, okay. Ich mache jetzt mal was. Achso. Das wird gegönnt. Zu viele gehaltene Herzogtümer noch immer. So, hä? Das ist Königreich. Das kann ich schaffen. Und das kann er jetzt auch bekommen. Herzogtum. Ähm. Was ist das hier? Ne, das ist Kernchatt. Das muss ich auch mal abgeben. Ja. Kaxgar. Und hier habe ich keine... Ach, das gehört mir ja jetzt. Also, ist jemand wohl verstorben? Hm. Kriegt einer meiner Kinder? Inklusive eigentlich... Ist doch eigentlich auch noch ein anderer Titel. Hm. Turan ist das, ne? Nein. Das ist das Kaiserreich. Jetzt habe ich irgendwas übersehen. Oh, ich bin gerade so... Es passiert so viel auf dem Bildschirm gerade bei mir. Hm. Ich kenne das. Hä? Das war zu klein. Ich muss jetzt mal kurz warten. Ich muss... was... das war... Das war...